Und damit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FIFA 14 Karrieremodus mit mir, mit eurem Badeschlappen. Und ihr hört es an meiner Stimme? Ich bin kräftig am Kämpfen, dass ich überhaupt einen Ton rauskriege. Die Nase ist immer noch komplett dicht, fast noch ein bisschen schlimmer als in den letzten beiden FIFA-Parts. Aber ich habe mir gedacht, ich werde jetzt noch schnell dieses Special-Video aufnehmen, denn heute geht es ganz schnell und fix darum, welche Spieler wir kaufen wollen, beziehungsweise welche Spieler ihr ganz gerne beim FC Arsenal sehen wollt. Und das Ganze ist jetzt so ein bisschen durch den Wind, beziehungsweise durcheinander gekommen, denn ihr seht beim Gehaltsbudget, wir haben nur noch 26.000 Euro. Das liegt daran, dass ihr habt es ja mitbekommen, dass wir im letzten Part einen Robert Lewandowski für die kommende Saison verpflichtet haben. Und das wird anscheinend jetzt schon vom Gehaltsbudget abgezogen, von dem her ist das vielleicht ein bisschen problematisch. Aber wir können dann natürlich darauf eingehen, wir können in die Finanzen gehen, hier den Regler ein bisschen tauschen. Und dann seht ihr, dann haben wir da trotzdem, denke ich, noch ganz coole Möglichkeiten, was zu machen. Ich denke, wir können vielleicht auch noch dazu neues Budget anfordern, wenn das hier irgendwie noch klappt, können wir das vielleicht auch noch bekommen. Und wir können natürlich auch noch Spieler verkaufen, wenn ihr Lust habt. Also ich bin heute in dieser Folge, sonst gebe ich immer so ein bisschen kleine Vorgaben, welche Position ich sehen will und so weiter und so fort. Aber in diesem Video, beziehungsweise momentan im Let's Play, noch so unentschlossen, beziehungsweise ich weiß noch nicht so richtig, wo wir uns verbessern sollen, wo wirklich unbedingt Bedarf herrscht und habe mir gedacht, ich lasse euch einfach mal komplett von alleine entscheiden. Sprich, egal welche Position, außer jetzt vielleicht Torwart, das denke ich, ist jetzt momentan nicht das Problem. Da haben wir andere Schwachstellen und ein Chesney hält da momentan noch gut genug, beziehungsweise hält gut, dass wir da nicht unbedingt jemanden brauchen. Ich denke, da haben wir echt ein bisschen andere Probleme. Sprich, alle Positionen außer dem Tor könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Spiele ihr da ganz gerne sehen möchtet. Welche Spieler wir eventuell auch verkaufen sollen, welche Spieler euch gar nicht gefallen, wäre auch ganz interessant. Und was ich mir noch gedacht habe, vielleicht den Stürmer, den wir leihen können. Denn wenn wir Lewandowski für die nächste Saison verpflichten, dann rentiert es sich jetzt eigentlich nicht, noch einen Stürmer zu kaufen, sondern vielleicht wirklich jemanden zu leihen. Also wenn ihr da noch jemanden wisst, den wir leihen können, der vielleicht auch ganz geil wäre, wie gesagt, ab damit in die Comments. Und dann würde ich fast sagen, war es das schon mit dem Video? Ich erhole mich mal, ich versuche mich zu erholen, ich versuche die Stimme ein bisschen zu öhlen, dass ich da demnächst wieder ein bisschen aufnehmen kann. Es kann gut sein, als kleine Info noch, dass vielleicht in den nächsten ein, zwei Tagen kein FIFA kommt. Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze schaffe. Wollt ihr eigentlich am Wochenende auch aufnehmen, dann war die Stimme im Arsch. Dann habe ich jetzt heute zwei Folgen aufgenommen, also für euch am, was sagen wir heute, Montag. Damit ihr dann für den, ich glaube, Dienstag, Mittwoch versorgt seid oder so. Auf jeden Fall könnte es gut sein, dass es bis zum Wochenende erstmal keine Folge gibt, bis zum Freitag oder so oder vielleicht sogar Samstag. Aber ich hoffe, ich werde wieder gesund und kann dann zumindest noch ein, zwei Parts schnell hochladen. Und dann wäre das ja auch in Ordnung. In dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise, das brauchen wir jetzt gar nicht sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt in den Komment, welchen Spiele ihr sehen wollt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!